Harisat, guten Morgen, heute am Zinken, August 2020, es ist 9 Uhr und 30 Minuten, wir haben 27 Grad, wir haben keinen Wind, wir haben auch fast keine Wellen, wir haben Sonne pur, es ist leicht schiesig, Höchstwerte um 30 Grad, Tiefstwerte nachts 22 Grad, ja und wir haben hier wieder viele Steine an der Punta, ist gerade anlaufendes Wasser, der Strand wird also immer kleiner und deswegen etwas beschwerlich hier, entweder da oben oder dann hier im Wasser, hier ist noch Sand, hier kann man noch gut laufen, So und mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann auch wieder für heute und sage, bis morgen Asta manana, ja zu den Liegen, es sind natürlich noch keine aufgestellt worden, jedenfalls hier nicht am Strand von Gleide, Ingles oder Mastanoma.